Nochmal ESL gegen Apfel Crew Ey, es sind ja 3 von 4 jetzt mit dem Clavido Skin Cerex, du bist ein Außenseiter Nee, du bist der Außenseiter Das ist kein Sound mehr Alter Cerex, was? Verstehst du das an? Wir nehmen beide Moment, ich mach dir kurz was kaufen Leute, stopp mal Stopp mal, sag das mal den anderen Das ist das Symbol für Apfel Crew Einen Apfel gekauft Bitte So unnötig Man, ich will nicht ernst Wollten Apfel kaufen und ihn wegwerfen So unnötig Ist mir egal Man nimmt das mal ernst, die sind echt nicht so scheiße Oh mein Gott Die gehen auch, die gehen straight mitte Ich werd nur ne EP haben, mehr juckt mich nicht Ich hab nur toll drücken Die gehen auch straight mitte, ne? Oh fuck Die schon mitte? Die sind höher Die sind höher Die sind verkackt Bauern Weg, Bauern Weg, Bauern Weg, Bauern Weg Nein LOL Ich hab den auch nicht bekommen Doch, hab ihn Wer ist oben? Ich bin oben Im Flick müssen der Beste liegen Mineralwasser 2.0 auch nicht schlecht Der hat voll die geilen Namen Das ist Traxy, der zu uns durch Rent, hast du Gold? Ja Da kommen gleich zwei Typen zu uns unten rum Achtung Unten rum Den hab ich anachgesprungen Oder ne, ist nur einer Ich bin tot Und der ist direkt in den Hut gesprungen Finde ich gut Yay Hab alle da und oben Oh, das ist richtig nett Ich bin unten Sie haben das Bett nur mit Sandstein, ne? Das können jetzt sogar ein Firstflush werden Ne, machen wir nicht Wir machen keinen Firstflush Das ist Schwachsinn Haben wir nichts von Haben wir schon Gold? Achso ist dein Video sonst zu kurz Du kannst es nicht monetarisieren Jonas? Mach E10 und Boom Kannst du dein Video sonst nicht monetarisieren Weil es zu kurz ist? Stimmt, scheiße Kann ich viel zu wenig Werbung drauf gestalten Ja, das ist schlimm, ne? Achtung, die G-Mitte, die G-Mitte Okay, die G-Mitte Wo sind die denn mit? Oh, haben wir schon eine E10 in der Mitte? Nein, haben die nicht Wir auch nicht Doch, haben wir Echt? Ja, ich war das Warte, der ist gerade eben oder wie? Ach, Gold gezählt Okay, ich hab mal alle in ihrer Base down, ne? Also Mach das mal Ich bin einfach rekt Weil ich doof bin Oh nein Ist aber scheiße Ich will 3 Gold Ich will TNT Ich halte sie, ne? Oh, ja Okay, machen wir jetzt mal den C-Mitte-Move mit TNT Nein, 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 nein Ja, nein, das mein ich ernst, Trixi macht immer nur gute Sachen Hey, wo haben wir ihn denn oben verloren? Lol Ach, du bist da schon okay Toll, hä? Ich hab nicht gewusst, wo du bist, ich dachte, du bist noch Base quasi Nein, also ich dachte wirklich, die sind schon oben, ich bin grad richtig gewundert Ich sag nochmal doll Und hab grad nochmal so safe Hey Nur dann mach ich Hallo zur Apfel Möchten Sie mein Freund sein? Zur Apfel will ich mein Freund sein? Keiner will dein Freund sein Ach man, zur Apfel kommt von oben, hier oben verloren Ach doch Nein Ich komm nicht an seinen Ping ran Oder ich bin zu dumm, um Cop-Hurps zu setzen trifft sie Aber ich kipp doch auch im Spiel den Namen des Ping Ja, er ist ja Apfel baut sich safe, glaub ich Nein, also wenn ich ehrlich bin Ich hab nicht wegen Ping verloren Ich hab verloren, weil ich zu dumm bin, um Cop-Hurps zu setzen Ich hing unten Leck mich einfach hier unten Unten, Jungs Ja, Alter Ach, leck mich hier unten Er hat überlebt, er hat überlebt Ah Der Apfel, Alter Ja, sorry Das müsst ihr sehen Weil sonst hat ja unser Badgewinch, kann das nicht Ja, dafür bist du ja da Ja Das ist dein Ja Apfel-Teddy ist oben, ne? Ja, das sehen wir Ah, den holt von hinten Ah, der ist da Okay, du trägst die Dosis von hinten Oh, klar Wir haben 17 Gold, ne? Ja Er sollt uns nutzen Nein, ist weg! Wo ist der Typ? Ja Äh, das Ja, bis der Schiff hat Oh, ist das Bliefen? Du hättest ja was da Äh, okay, die Base auf jeden Fall verloren, weil ich nicht weiß, wer der Typ ist Haben wir oben? Ja, ja Ich hab keine Ahnung Ja, haben wir Ah, da hast du ab Junge, klappt nicht an Und ich mach nicht ernst Die haben von der einen Stelle noch, äh, nur Sandstein Alles gut, alles gut Alles gut Okay Jonas, go, das Bad, von rechts Oh, 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 oh Achtung, Achtung, Klavier, 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 hinter dir cheesy Ich hab's geschafft, NEIN, die haben mich rausgebußt ausm CopFap um er könnte jemand scheiße was knapp und erster und warte ich mache ich mache jetzt hier warum machst du nicht sie erhebt mann ein p nein nicht richtig ließ er ist es war echt ich verspürte an so kann ich nichts er hat einfach nicht viel nur noch das ist so und dann spielen auch sie gehen Warum? Weil das immer so ist. Gebt mir doch mal die neuen Taktiken durch. Ich war hier immer zuletzt. Irgendwie haben wir eine neue Ablöse auf Klaus, die ich bis jetzt nicht kenne. Jetzt spielen wir nicht mehr auf EP. Wir haben noch nie auf EP gespielt. Das ist nicht neu. Weiß echt von nichts. Lass immer, wir spielen mit EP. Nicht so früh. So vielleicht. Ja, ich. Ganz alleine. Wir haben Hunden nicht mehr. Ich hab Hunden nicht mehr. Ja, ich bin unten. Wir haben sowas von unten. Ich nur schütt jetzt über innen. Irgend so ein Typ... Ich hab auch nicht viel mit Apfel-Teddy. Nicht Apfel-Teddy, Mann! Nein, das war doch schlecht. Ja, hab ihn. Nicht, doch hab ich. Habe ich ihn? Nein, der kann noch weggenommen. Mach mal ordentlich jetzt. Ich mach ordentlich. Ich hab mich jetzt so nicht so weiter. Nein, ich mein nicht dich. Ich mach auch ordentlich. Guck, das war so nicht voll. Ach, ja. Ich glaub, der mit Rückfahrt. Bogen ist in der EC, ne? Felt zu einer Klaus. Oh, wir haben Bogen. Da kommt ein zu Apfel. Oder Apfel-Teddy. Isling? Nimm mal einen Bogen raus. Haben wir Pfeile? Ja. Irgendwie, ich vermisse die früheren Zeiten. Als bei Apfel-Knuch jeder irgendwas mit Apfel im Namen hatte. Ich hab... Er hat den, oder? Ich spiele ESL. Ja. Ja. Ach, ja. Das war mein erstes ESL-Spiel gegen Apfel-Krü. Ja, wir machen Ranked. Und C-Rex macht einfach so eine EP. Wir werden sie früher oder später brauchen. So, ich hol jetzt den TS, ne? Wir sollten mal Eisen... Eisen save'n. Ich save'n noch mal ein bisschen. Ich hab noch vor drei Minuten gesagt, dass jemand Eisen save'n soll. Ab Brust bauen. Einer kommt oben. C-Rex hol' den mal. Wen von beiden? Der hat den da oben. Mann! Der Apfel, der nervt. Ich kriege ihn nie down. 20. Oh, oh. Nee. Hör auf, nicht einzubauen. Alter, ich hab'n Mütter hinterher. Ich krieg' den nicht. Die haben die Mitte. Die haben die Mitte. Die haben die Mitte. Scheiße. Die haben nicht die Mitte. Guckst du da? Da will du das noch da, Mann. Leute, oben rum kommt jetzt einer. Ich krieg' den nicht down. Der baut sich dauernd wieder ein. Das ist scheiße nervig. Wollen wir in der Mitte mal spam? Nee, oder? Wir sind kein Gome-Clan. Äh, doch. Au. Wie, eh? Ja, aber gerade... Ist in Arbeit. Da oben ist irgend so'n Typ namens Apfel. Scheiße. Abraut, Abraut, ähm. Dingsweg. Können wir mal jemanden? Was einfach? User left your channel. Wo ist der Bogen? Er weckt den Bogen. Ich. Mach den rein wieder. Mach den Bogen wieder, Jonas. Wo bist du, Jonas? Na bitte. Abraut, der ist unten rum. Ich mach den Bogen, Bogen, Bogen. 2 Leute kommen unten rum. Einer kommt unten rum. Keiner kommt unten rum. Okay. Drei Base. Aber einer ist über uns noch. Glaub ich. 4 Base. Alles gut. Okay. Ah, ich save jetzt also. Das ist klar. Mach mir gleich mal ein 1er schwer. Ja, das brauche ich noch her für die Enderperle. Nein, ich bin wieder da. Und die EP war gut. Ihr werdet es noch sehen. Ihr werdet noch sehen, wie sinnvoll die EP war. Ja, wie bitte? Aber nicht so früh. Also bitte nicht so zu scheiße labern, auch wenn... Auch wenn wir grad das Beginn herrennen nicht so ernst nehmen. Das darfst du mir voll ernst. Ich hab eine EP gekauft. Wenn ich eine EP kaufe, hätte ich dir das alles voll ernst. Ich hab noch ein paar Holzschwerden. Ach, hier. Achtung, Mineralwasser kommt unten durch. Mann, nicht in der Base rumstehen. Ich hab Eisen gestellt. Hä? Was ist das zuerst? Ja, das ist Flamstraft gegangen. Naja. Hey, wo kommt Mineralwasser bitte durch? Äh, unten. Na, du. Also, der war noch an der Base, oder? Ist da. Nice. Geh oben, geh oben. Ich geh durch Mitte. Ich geh durch Mitte. Ich geh durch Mitte. Ja. Nee, oben. Bitte oben. Oben sind zwei Leute. Ja, unten in der Mitte kommen auch grad zwei Leute. Die fliegen nicht. Mann, das ist unfair. Da kommt der Apfel. Er fliegt einfach nicht, dieser Typ. Trixi. Trixi, okay. Na, ich bin tot, oben. Äh, mach Bogen. Egal, es kommen grad unten auch Leute durch. So ist nicht. Ja, warum kommt das mit Scheiß? Die... Ja, der eine ist ja in der Mitte von denen. Ich hoffe, man hat unsere ES sehen, damit wir nicht ihre hören. Sonst haben sie jetzt unsere Gold. Cool, weil sonst hätten sie jetzt eine Menge Gold. Nee, so viel auch nicht, höchstens 8. Hab beide in der Mitte. Äh, hab beide oben. Ja, okay. Dann gut. Jetzt holen wir mal. Können sie Gold safen. Das ist schlecht. Nicht Gold safen. Ja, Leute, lassen wir kurz vor allen Minuten schwitzen. Ich check in die Mitte wieder, okay? Ja, okay. Lügen doch mal eure Hilfe dafür. Bleiben oben. Äh, nein. Scheiße, ich wirf daumen bei denen von denen, das war richtig dumm von mir. Aber EC steht vorne bei denen. Ich geh Mitte. Wo steht die EC denn bei denen? Äh, auf dem obersten von unseren Push-Wegen. Kann man mit jemandem ein Schwert reinlegen, die in der Chess ist ein Abfahrer einfach. Okay, nein, EC ist weg. Ja, vergiss. Was heißt, wie gesagt, über das Schwert. Wo ist die Mitte? Ich safe noch mal ein bisschen Gold. EC ist weg. Nicht, dass es noch das Gold, wenn wir nachgehen. Mitte oder... Oben. Wir haben 30 Gold. Was heißt oben? Mann, Apfel-Teddy. Hoffentlich mit Apfel nicht in den Block zu backen. Ist ja nicht das erste Mal, dass er das macht. Wenn wir das hinfahren oder dranken. Oh Gott! Geht da, was ist denn der für ein Witz? Ich hab ein Schwert dabei, Klavier. Fäng die bitte mal weg. Komm. Komm, wo kriegst du? Yes. Nein, es ist nicht so geil. Ja, ich bin auch down, oder? Ne, hab nicht gefällt. Und hab ihn auf sein Eis geschlagen. Mann, Junge, lacht doch nicht so. Ich krieg kein Hit auf ihn. Lass die Sachen unten rechts mal bitte da. Die sind für die EP dann nachher. Ey, ey. Ich mach mir grad schon eine Crypt dafür. Achtung, einer kommt unten. Ja, ich. Oh. Einer kommt grad so unten durch. Ich bin down. Haben wir den One-Stack, oder haben sie den One-Stack? Die haben den. Kriegen wir ihn wieder? Hm, ich geh hoch, aber ich weiß nicht, ob ich schaff. Achtung, die gehen irgendwie den Weg. Direx. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh. Wenn der Bogen jetzt nicht in der EC ist, haben wir ein Problem. Doch, ist er. Nein, ich war bei dir im Bett eingeboren. Ich hab ihn... Na, auf dich hin und her zu bauen. Der Typ verwirrt mich mit seinem Moomit. Ohne Witz. Hier, nochmal 24 Pfeile. Der Typ verwirrt mich mit seinem Moomit. Ich leg dir nichts nicht. Pass auf, pass auf, pass auf. Das Bett ist nicht so gut zugebaut, ne? Nein, ich hätte... Das war so dumm für mich. Ne, jetzt kommt. Achtung, hey. Danke für das... Äh, Hilfe, wo ist der Typ? Down. Unten, 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 unten. Ach, lass mich bitte nicht mit nem Bogen, Leute. Ich kann nen Bogen nicht. Dann gib mir den. Ja, wie erst wenn du dann, bitte? Ja, dann gönn dir halt den Bogen. Karte. Pass auf, wo... Jetzt müssen wir aufpassen auf den MLB-Weg. Ja, ich bin oben, alles gut, ich bin oben. Die gehen nur über Mitte grad. Ja, wo sind die? Ja, die safen jetzt, das ist scheiße. Drei... Nein, alles gut. Drei sind... Warum hitt ich denn hier mit nem Schwert? So, bin down. Papusbaum. Ich safen nochmal. Ich brauch grad nicht Base stehen, da passiert grad nichts. Nein, musst du ja auch nicht. Alter, was... Der gibt den Gernfeld so mit an. Hab, hab den auch. Mann, die werden dich nicht wieder wegstammt. Dann hab ich nur... Wer ist denn unten grad, Cerex? Wo bist du? Oben. Okay, dann geh ich auch immer über. Was heißt oben? Oh mein... Ganz oben. Weil ich sehe, dass da zwei Leute gerade nach ganz oben gehen. Nice. Dann bist du doch nicht oben, Cerex! Der Dreck! Ja, das ist ja schön und gut, Cerex, aber du bist nicht oben. Doch, ich war grad eben oben noch. Hab ich in der Falle? Ja, die machen grad... Die Kopfab-Mlg... Nein, oder? Achso, sag das doch, lol! Von wo machen die? Wo, wo? Von über uns, schätze ich mal. Wir dürfen doch nicht hier hinten offenes... ...Kopfe bestehen lassen. Oh. Der Pferd war schlecht. Willst du spammen oder soll ich? Hatte fast beide. Ich hab' ihn getroffen. Und ihr unterstellt mir das nix. Und ihr unterstellt mir das nix. Und ihr unterstellt mir das Enderperlen unnötig sind. Nein, aber so früh zu craften war unnötig. Weil wir hätten da von oben machen können oder sonst was. So, ab dem nächsten. So. Äh, Leute, Base noch auffassen, ne? Ich leg mal bitte in Base. Okay. Ich weiß nicht, ob da oben noch einer ist. Dann gib mir den Bogen. Okay, Traction macht das dann. Äh, ne, die sind beide Base. Die haben sich das safe gebraucht. Ja, okay, dann... Nochmal 23 Gold. Und dann auf einmal steht da... Und dann auf einmal steht da... Ich hab den safe. Für ist der sein Bogen. 23 Gold liegen nochmal, ne? Wir haben über 50 Gold. Alter. Unser TS ist down. Unser nicht. Ja, das hat jetzt auf jeden Fall den Unterschied gemacht, als ihr nicht in der Base wart und nicht die Enderperle geworfen habt. Das hat definitiv den Unterschied gemacht. Oh, Spaß. Jetzt tut der jetzt bei uns bei. Oh, Züge sind meine Leidenschaft, Alter. Och, Mann. Oh. Jonas, es tut mir leid. Ich versprende noch mehr Gold. Oh. Das ist doch Schwachsinn, Cerex. Nein, ich will nicht gerne einen Bogen. Hä? Du meine scheiße E-P. Die haben einen Bogen, Jonas. Das ist doch ein Schwachsinn. Schwachsinn. Hast du denn eine E-P? Äh, das ist der Punkt. Oh, Junge, Alter. Was... Die bauen sich gerade hoch. Das ist das Schwachsinn, als mit einer Enderperle reinzugehen. Die bauen sich hoch. Mach einen Bogen rein. Mach einen Bogen rein, bitte. Der ist doch schon dran. Ich habe eine Enderperle gegen ihn geworfen. John Cena. Jonas. Ja? Ja. Ich musste im Replay einspielen. Das ist der traurigste Tod, den ich je gehabt habe. Ich habe eine Enderperle gegen ihn geworfen und ihn dann getötet. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Oh, ja. Oh, ja. Oh, er ist runtergefroren.